Damit Sie beim Herzkasten kommen, stehen Sie in Ruhe auf, drehen Sie den Ton des Fernsehers lauter, kommen Sie nah an den Monitörern und genießen Sie. Folgt ein Top-Highlight, Ococha, hier ist er, Ococha, JJ Ococha, immer noch, JJ Ococha, noch ein Dreher, noch einer und drin. Dann verreißt er sein Trikot vom Leib, tanzt nur einen Samba fürs ausflippende Publikum, Ekstase im Ballstadion, das haben wir seit Libuda nicht mehr erlebt. Das ist das Beste, was der Fußball bieten kann. Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Liebe Zuschauer, die Zeit für meinen Bericht ist zwar abgelaufen, aber egal, sollen Sie mich rausschmeißen, ich zeige Ihnen die Szene bis zum Umfallen. Toll, dieser JJ Ococha, wie er hier Kahn aussteigen lässt, dann ist es Reich und auch noch Bilic, dann versucht sich auch noch Lars Schmidt, was soll's. Drin ist der Ball, klasse, Mann oh Mann, ist das eine tolle Szene gewesen. Komnenowitsch. Uwe Bein, hätte es schon an alle schießen können. Schön gesehen, und da ist er, JJ Ococha, Beckenbauer, Baresi, Kohler, aller Liberi und Mannnecker der Welt, hätten hier stehen können. Und sie wären alle samt von Ihnen ausgetanzt worden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, mir zittern die Knie hier noch vor Begeisterung. Das Tor wird jetzt inzwischen schon zum sechsten, zum siebten, zum achten Mal. Und dann dieser Samba. Das war's, liebe Zuschauer, tolle Szenen hier im Ballstadion. 3 zu 1 für Frankfurt, eine geniale Schlussphase. Und anschließend, ja, genießen wir diesen Umreißer noch von... ... ... ... ...